Hallo zusammen, mich hier ist wieder Otschela und tschüss wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute würde ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten hier aus der Garnision. Wir waren nämlich wieder fleißig und haben uns ein paar große Kisten mit Bergungsgut besorgt und die wollen wir jetzt einmal öffnen. Ich hoffe, ich kriege hier so ein bisschen Setzsachen raus, die ich noch fürs T-Mock brauche und ja, im Moment fehlt tatsächlich nur noch ein einziges Teil beim Hexenmeister und das sind die Hosen. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Achso, ich kann euch den Chat ein bisschen hochziehen, dann seht ihr auch, was ich rausgekriegt habe. Wir haben ein paar Garnisionsressourcen, Frostwurz, also das sind Kräuter, mehr Garnisionsressourcen. Dann haben wir hier ein Waffen-Upgrade-Item. Na gut, das bringt mir nicht ganz so viel, weil beim Hexer sind meine Follower, die in der Garnision stationiert sind, schon relativ weit abgegradet. Ich glaube sogar fast alle auf die Maximalstufe, deswegen sind die Dinger ganz nett, aber bringt mir die nicht viel. Fünf Silber kann man, ne, fünf Kupfer kann man so verkaufen, also das ist eher mäßig. Schauen wir mal, acht Stück haben wir noch. Jetzt irgendwie gar nichts an Gear rausgekriegt, ne? Ich habe schon ein paar heute aufgemacht und da hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Glück. Drei haben wir noch. Komm, gib mir die Hose. No, 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 no. Zwei haben wir noch. Oh, was war da drin? Ne, das ist der Gürtel. Okay, eins haben wir noch. Gut, den Gürtel haben wir gekriegt, aber leider nicht die Hose, die ich brauche, dass ich Hexer mal fertig hätte. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, sobald ich wieder 20 Kisten zusammen habe. Und dann gucken wir mal, ob ich die Hose habe, beziehungsweise vielleicht habe ich auch mit irgendeiner anderen Klasse vorher noch mal 20 Kisten zusammen. Dann können wir da auch schon mal gucken, ob wir da ein paar Items kriegen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefällt, ihr seid wohl, was? Eutila, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.